Es handelt sich um ein gewerblich genutztes Gebäude für den Einzelhandel, hier speziell abgestellt auf den Einzelhandel für Elektronik und Haushaltswaren. Auf Wunsch der Bauherrschaft sollte ein sehr komplexes, sehr attraktives, sehr formensprachiges Gebäude entworfen werden. Dies dann in eine interessante Hülle zu kleiden, die auch von außen die hohe Attraktivität des Gebäudes darstellt. Das waren eigentlich die Herausforderungen. Das Aerotix-Gebäude ist entstanden aus einer Idee, die 2016 zu uns rübergetragen wurde. Wir haben dann zusammen mit dem Büro Zarkowski die ersten Vorplanungen durchgeführt. Dann wurden teilweise Musterstücke gebaut und wir haben uns mit der Materie beschäftigt, mit den speziellen Grundformen auseinandergesetzt und sind dann 2019 zum Bau übergegangen. Der Bau des Gebäudes hat ca. 6 Monate gedauert. Wenn Sie sich das Gebäude ansehen, haben wir speziell im Eingangsbereich einen dreidimensionalen Einsatz des Materials. Wir müssen das Ganze dann auch noch in sich verdreht abbilden und da liegen die großen Vorteile von Alu-Cobond, dass ich das eben mit diesem Material, mit diesem Werkstoff wirklich in einer perfekten Qualität dann auch darstellen kann und abbilden kann. Wir haben hier ca. 1000 Quadratmeter Alu-Cobond-Farbe, White Gold. Die Farbe erscheint im ersten Moment weiß und bei spezieller Sonneneinstrahlung wirkt sie goldig. Einmal haben wir Teillängen, Stücklängen von über 8,50 Meter verwendet. Zum anderen diese gute Verdrehbarkeit des Alu-Cobonds im Eingangsbereich. Die ganzen Blechprofile, die wir gekantet haben, mussten in sich verdreht werden und dafür war Alu-Cobond eigentlich das ideale Material. Da war das für uns kein Thema, das zu benutzen.